1,5 Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde, heißt der Film, den Sie mit Til Schweiger machen. Sie haben gerade kurz darüber erzählt, ich kann es mir nur eigenartig vorstellen, Thomas Gottschalk ist dabei, Roberto Blanco ist dabei, Karl Dall ist dabei, Schauspieler Ralf Herford ist dabei. Was machen Sie denn da? Wir sind Ritter. Also ich nicht, aber es geht eigentlich darum, Thomas Gottschalk ist der König. Helmut Marquardt, Fokuschef-Redakteur, auch mit dabei. Wir alle sind dabei, Johannes Heester mit 104. Im Ernst? Ja. Oh Gott. Da bin ich auch mit dem Bild mit drin, aber es war schon, das finde ich gut, wenn ihr mit 104 dann noch reingeführt wird und dann noch Text spricht, wunderbar, haben wir auch alle applaudiert. Und ich finde das, ich finde das, den Ritter für mich, das sind tolle Leute, auch nett und alles. Und man denkt immer auch Gottschalk, Entertainer für Jahre und so. Der ist wirklich sehr gut, wenn er gut geführt wird. Das sind wir alle. Wir Schauspieler sind ja nicht so. Wir sind ja, man sagt ja früher, nannten wir Spielleiter Regisseur. Es geht doch darum, wir sind wie Kinder, die spielen wollen. Wir kriegen zwar keinen Lutscher, sondern wir kriegen Bargeld und nicht schlecht. Und von daher brauchen wir jemand, der uns führt.